Burak und Kianush. So in den ersten Minuten so ein bisschen über mich gequatscht und ich hab mir gedacht, ich zieh mir das jetzt mal rein. Semferin, oh fucker. Das Format damals, das ging ja eigentlich auch nur darum. Das find ich bisschen schade. Wie soll ich das euch sagen? Ich finde, Comments Café war und ist ein echtes Format so. Ein reales Format, wo man einfach über alles sprechen und reden kann. Von irgendwelchen Familiengeschichten, über emotionale Storys aus der Vergangenheit, über irgendwelche Sachen, über die man sich mal Gedanken gemacht hat vielleicht oder so. Und ich möchte nicht, dass das diesen Stempel am Ende bekommt, von wegen, da ging es nur um Theorien und um das und um Pyramiden und so eine Scheiße, weil das war es nicht und es war auch nicht meine Intention. Deutschrap-Liebe und weil ich mich mit den Leuten hinsetzen wollte und Dinge besprechen wollte, deren Karrieren vor allen Dingen. Mal aus meinem Blickwinkel hinterfragen wollte, nochmal eins zu eins in einem Talk rausarbeiten wollte, gewisse Dinge, die mich persönlich an deren Weg oder an deren Karriere interessiert hat. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahrer am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich denn kommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Gestern habe ich mir das Interview reingezogen, beziehungsweise habe ich angezeigt bekommen, Burak und Kianusch. Und da haben die auch ab so in den ersten Minuten so ein bisschen über mich gequatscht und ich habe mir gedacht, ich ziehe mir das jetzt mal rein und reagiere einfach mal darauf, Freunde. Was sagt ihr dazu? Senf für den, oh fucker. Gib mir die Senfi-Vibes. Wenn schon über mich geredet wird, kann man auch seinen Senf dazugeben, würde ich sagen, oder? Bisschen mehr Enthusiasmus, Digga. Haut mal rein jetzt. Ja, Digga, juhu, ich habe Bock. Fetze den, Bro. Weißt du, was mir sowieso grundsätzlich an ganzen Debatten fehlt? Der Humor, Bruder. Richtig. Die Leute nehmen alles sofort ernst. Ich habe mir Videos von dir anguckt, wo du so ein bisschen aus freien Stücken sprichst. Und auch wenn man ältere Interviews von dir anguckt, wird man immer wieder auf Dinge treffen, wo man sich denkt, was gehen ab? Die man auch durchaus kritisieren kann. Aber ich muss das jetzt mal wirklich sagen, Leute, macht euch mal ein bisschen locker. Chilt doch mal. Ihr müsst doch nicht sofort. Das ist diese Generation. Guck mal, ich komme aus einer Zeit, da habe ich Interviews geguckt. Da gab es ja noch kein, so noch nicht so richtig, also Twitch gab es da noch gar nicht. Und dieses Reacken auf, ich gehe mit der Maus, klick da auf Pause, sag, warum hast du dieses Wort so betont und so gesagt und beurteile dich deswegen. Das ist ja ein neues Phänomen. Ja, richtig. Das gab es auch zu der Zeit nicht, wo ich meine Comments Café-Geschichten gestartet habe. Auch meine Straßenvideos und so. Auf der einen Seite bereue ich, also auf der einen Seite finde ich es irgendwie schade so, dass, ja, keine Ahnung, das hat natürlich auch krass dazu beigetragen, dass Leute noch mehr Views gemacht haben, so, ne, durch die Reactions von den YouTubern dann so. Und ich stelle mir vor, meine Straßenvideos waren ja richtig auch im Hype eine Zeit lang. Und wenn es da schon diese Reaction-Formatik gegeben hätte auf Twitch und so, wo Leute darauf reagieren, hätte das natürlich für mehr Reichweite gesorgt. Aber wer weiß, was die auch dann in diesen Videos, auch in den Interviews noch gefunden hätten, wo die dann versucht hätten, mir einen Strick draus zu drehen. Weil Burak hat meiner Meinung nach auf jeden Fall recht, dass durch dieses Reaction-Phänomen halt auch entstanden ist, dass jedes einzelne Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Egal wie lang es her ist, egal aus welchem Zusammenhang, so, du wirst festgenagelt auf Dinge, die du sagst. Und das hat auch dazu beigetragen, dass immer weniger Leute sich auch hinsetzen und wirklich frei reden können, ohne Angst davor zu haben, irgendwas Falsches zu sagen. YouTube-Kommentare, es gab auch Nachrichten, es gab auch schon Facebook und hast du nicht gesehen, du konntest die Leute schon konfrontieren, aber ich finde, die Leute sind so richtige Randalls geworden. Kennst du Disneys große Pause? Randallin, man. Der Randall, kennst du dich Disneys große Pause? Wirklich? Krass, du bist 34, ne? Könntest du auf jeden Fall noch aufholen? Auf jeden Fall, das ist eine... Sinic hat mich manchmal einen Randall ändert, Digga. No front an der Stelle. Skrrrrrrr. Wenn ich tun, auf bitte, das ist eine Kinderserie, die würde dir bestimmt gefallen. Gib ich mir auf jeden Fall. Das zieht ihr mal auf der Rückfahrt rein und da gab's ein... Wie ihr kennt Disneys große Pause, nicht broke. Janusz, what's going on here, man? So einen jungen Randall, der hat immer gepetzt. Der hat immer, da gab's so eine Gang, Disney's große Pause, also der Bestand aus einer Gang und da gab's auch einen coolen und zwei Mädels und etwas dickeren und hast nicht gesehen und einen schwarzen, der konnte klischee-mäßig super Basketball spielen und so und da gab es auch einen Randall, der hat halt immer gepetzt und manchmal denke ich mir so, ey, müsst doch nicht immer sofort hinrennen und sofort, ey, guck mal, der hat das gemacht, ey, guck mal, der hat so und so gemacht, so macht euch doch mal, bleibt doch mal ein bisschen locker und gerade auch in Diskussionen, die jetzt vielleicht mal gegen das politisch korrekte sind oder vielleicht auch mal so gegen die Mainstream Diskussionen. Ich verstehe schon, worauf du hinausgehst. Weißt du, ich meine, so denke ich mir, warum habt ihr so, warum ist es den Menschen so wichtig, sofort so aggro zu urteilen? Ich zum Beispiel, ich habe mir Videos von ihr angeguckt, wo du hier philosophierst, über von der Erde bis zum Wasser, einmal hoch, einmal runter und ich habe mir das angeguckt, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass du mir irgendwie wehtun willst oder so, ich empfand dich einfach als Typ, der einfach so ein bisschen auf Straßen Knowledge philosophiert hat, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, du hast die Weisheit mit dem Löffel gefressen, du hast einfach mal so vor dich hin und so und dann gab es ja voll die Shitstorms auch, ne? Ja, was heißt Shitstorm? Das war eher auf lustiger Basis, ne? Das war jetzt nicht in dem Sinne ein Shitstorm, weil ich habe ja wirklich nichts gesagt, was jemandem wehtut. In dem Sinne habe ich das nicht als Shitstorm empfunden, sondern einfach als lustiges Meme. Aber du hast auf jeden Fall so viel empfunden, dass du über bestimmte Dinge Statements abgeben musstest. Also finde ich, also so richtiger Shitstorm war das ja jetzt nicht. So, es war schon wie er sagt, eigentlich eher so viele Leute haben dann so Memes draus gemacht, ne? Sich so ein bisschen lustig gemacht. Nach einiger Zeit, weil nach so langen, also nach ich glaube fast zwei Jahren hat das immer noch irgendwo gehaftet, aber nicht mehr an den Leuten selbst, an den Zuschauern, sondern es hat wirklich intern auf einmal an irgendwelche Menschen gehaftet, die plötzlich von gewissen Sachen abgesprungen sind, wo ich mir wirklich am Kopf gepackt habe und mir gedacht, da wollte ich mich verarschen. Ja, okay. Das ist auch crazy so, weil ihr müsst überlegen, das hat am Anfang das gar nicht ausgelöst gehabt, ne? Also wenn ihr die Story mitverfolgt habt und das mitbekommen habt, dann habt ihr auch, wisst ihr auch, dass es zu dem Zeitpunkt, wo wir das Interview released haben, nochmal, das habe ich auch in der Reaction zu seinem Statement gesagt, dass das zu dem Zeitpunkt 99% der Leute einfach nur gefeiert haben, da hat keiner ein Meme draus gemacht, er wurde nicht krass ausgelacht wegen irgendwelchen Thesen oder irgendwelchen Sachen, die er gesagt hat oder so. Das kam erst nach anderthalb, zwei Jahren, wo dann YouTuber, wo dann dieses Reaction-Phänomen hochgekommen ist. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass Kianos und auch ich dann auch kritisch gegen gewisse Dinge geredet haben, dass sich Leute dann zur Aufgabe genommen haben, Dinge zu finden, wo man sich irgendwo lächerlich macht. Und dann war, glaube ich, KuchenTV der Erste, der dann das Video rausgekramt hat und gesagt hat, guck mal, wie lächerlich die beiden sind so. Und dann kam quasi diese ganze Meme-Geschichte und jetzt höre ich gerade zum ersten Mal, dass dann sogar anscheinend nach zwei Jahren dann sogar Leute aus dem Business-Bereich, aus der Musikindustrie oder aus der, weiß ich nicht, Sponsorings vielleicht oder so, Leute sich dann irgendwie von ihm distanzieren wollten oder gewisse Deals nicht mehr machen wollten und das finde ich halt krass, weil warum? Ja, Sponsoren, Partnern und so was, solche Sachen. Die haben das halt total missinterpretiert. Aber warum nicht direkt am Anfang, weißt du wie ich meine so? Da haben das die ganzen Sponsoren wahrscheinlich noch gefeiert, weil es ein Interview war mit krasser Reichweite und so und die von auch profitiert haben und zu dem Zeitpunkt halt sich keiner drüber lustig gemacht hat, weißt du? Das ist schon heftig. Also das finde ich, unabhängig davon, was erzählt wurde, was er gesagt hat, ob das wahr ist oder nicht, ob das Theorie ist, ob das lächerlich ist, lustig ist, verrückt vielleicht wirkt oder nicht. Ich finde das irgendwie sehr heuchlerisch, wenn dann nach zwei Jahren irgendwie Leute kommen und dann irgendwelche Sponsorings beenden, weil irgendwer dann Meme draus gemacht hat. Und haben da wirklich gedacht, dass ich irgendwie so ein richtiger Vogel bin und nur noch über sowas rede und quatsche und weil ich auch zu der Zeit halt keinen musikalischen Output gebracht habe, ist bei denen glaube ich das Gefühl entstanden, dass ich doch irgendwie so schräg unterwegs bin, was ich aber gar nicht war. Das ist einfach nur, es sah halt einfach auch blöd aus und ja, so war es halt. Deswegen musste ich dann irgendwann auch meines Erachtens nach ein Statement mal droppen, damit auch die Letzten das auch verstehen, dass dieser Typ hier einfach so ein bisschen rumgealbert hat, würde ich jetzt mal sagen, und ein bisschen Quatsch erzählt hat. Ich meine, das Format damals, das ging ja eigentlich auch nur darum. Vor mir waren ganz viele andere große Acts, die da auch über solche Dinge geredet haben, wie Pyramiden und bla 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 und bei mir wurde halt der Vogel abgeschossen. Das finde ich ein bisschen schade, das habe ich auch gestern gesehen, das finde ich ein bisschen schade, dass er sagt, dass das Format nur um das ging. So vielleicht meint er zu dem Zeitpunkt vielleicht oder so, aber ich habe Komm ins Café nicht gestartet, um irgendwelche Pyramiden, flache Erde oder was weiß ich, Themen nach oben zu bringen. Das war nicht meine Intention, dieses Format zu starten. Nochmal für alle Leute, die vielleicht denken oder das dann auf die Goldwaage legen und sagen, das ist so. Ja, es ist nicht so. Also ich habe das Format niemals erfunden, um irgendwelche Leute nur über irgendwelche gewisse Themen zu befragen. Das ist aus Zufall entstanden, dass wir in dem Format am Ende meistens nochmal ein bisschen über solche Sachen geredet haben. Dinge, die nicht im Mainstream stattfinden. Dinge, über die sich alle Leute auch schon hinter der Kamera unterhalten haben. Habe ich mir gedacht irgendwie oder es ist aus Zufall entstanden bei dem Flair-Interview, dass ich das mal auch als Thema mit reinnehme und frage. Das war mein erstes Interview so, weißt du. Aber wir haben erstmal anderthalb Stunden über ganz andere Dinge geredet. Also das Format ist nicht deswegen entstanden. Es hat sich nach einer gewissen Zeit ein bisschen in diese Richtung mehr entwickelt, weil dann gewisse Leute gekommen sind und über Themen geredet haben, die halt ihr auch und die Leute draußen extrem interessant fanden. Wie zum Beispiel das Video mit PA, wo er seine Pyramiden-Theorie da rausgehauen hat. Oder auch die Talks mit Kollegen teilweise. Aber da war nie der Hauptfokus darauf, irgendwie über solche Themen zu reden. Das Format ist nicht deswegen entstanden und es war auch nicht deswegen bekannt. Also das will ich einmal hier ganz klar an der Stelle sagen. Aber es war natürlich so, dass sich ein bisschen in die Richtung entwickelt hat und viele interessante Gespräche entstanden sind über Dinge, über die man sich vielleicht noch nicht so viele Gedanken gemacht hat, die im Mainstream vielleicht noch nicht so krass besprochen wurden. Und alle Leute haben das gefeiert. von den Zuschauern bis zu den Künstlern bis zu sogar teilweise Labels und Sponsoren und so. Die haben das alle gefeiert. Die fanden das am Anfang alle geil, weil die alle gemerkt haben, was für ein Interesse für diese Themen auch da sind. Und ich sage euch ehrlich, wie es ist teilweise. Also die Leute haben sich auch gefreut, mit mir darüber zu reden. Leute haben gesagt, geil, ich freue mich auf diesen Tag mit dir, mich hinzusetzen und endlich mal auch über Dinge zu reden, über die man sonst sich nicht unterhält oder wo man vielleicht sonst ein Blatt vor dem Mund hat oder so. Leute fanden das geil. Und als es dann einen Umschwung gegeben hat und irgendwie das Weiß-Magazin im Bericht da gegen mich geschrieben hat, dann das eine passiert ist, dann das andere passiert ist, dann war es irgendwann an dem Punkt, wo Leute jetzt heute da sitzen und sich halt irgendwie von dem Format distanzieren oder sagen so, das war nur dafür da und bla und ich finde das ein bisschen schade, weil ich finde, wie soll ich das euch sagen, ich finde, Comments Café war und ist ein sehr, wie soll ich sagen, ein echtes Format so, ein reales Format, wo man einfach über alles sprechen und reden kann, so, von irgendwelchen Familiengeschichten, über emotionale Stories aus der Vergangenheit, über irgendwelche Sachen, über die man sich mal Gedanken gemacht hat vielleicht oder so und ich möchte nicht, dass das diesen Stempel am Ende bekommt, von wegen, da ging es nur um Theorien und um das und um Pyramiden und so eine Scheiße, weil das war es nicht und das war auch nicht meine Intention, nur, dass ihr das wisst und das liegt mir auch auf dem Herzen, weil ich liebe das Format, ich habe das gemacht, weil ich auch Deutschrap liebe und weil ich mich mit den Leuten hinsetzen wollte und Dinge besprechen wollte, deren Karrieren vor allen Dingen mal aus meinem Blickwinkel hinterfragen wollte, nochmal eins zu eins in einem Talk rausarbeiten wollte, gewisse Dinge, die mich persönlich an deren Weg oder an deren Karriere interessiert hat, so. Das war jetzt ein bisschen lang, aber ich hoffe, ihr fühlt es. Du redest von Komm ins Café, ne, gerade? Ja, genau, mit Leon Lovlock, schöne Grüße an der Stelle. Ja, liebe Grüße. Es war absolut. Grüße den, Mann, Keanu, schön den, oh fucker. Ja, lustig. Ja, ich meine, der selber, also. und man muss auch dazu sagen, bis auf diese Sache, wo er über die flache Erde geredet hat, hat Keanu sehr viele Dinge angesprochen, die einfach gezeigt haben, dass der Typ, also meiner Meinung nach, einfach ein Mensch ist, der auch sich über mehr Gedanken macht, als die nächste Insta-Story so, weißt du, und am Anfang vom Interview schon richtig sympathisch auch sagt, dass sein Schmuck fake ist und so. Das war einfach ein richtig reales Gespräch und das Gespräch, sage ich euch ehrlich, war eins der geilsten Gespräche, die ich geführt habe, so. Das wird jetzt reduziert auf lustig, flache Erde und Scheiße gelabert und recherchiert und so, aber ich sage dir, der Talk war wichtig und richtig und ich finde es brutal schade, dass es diesen Talk nicht mehr gibt, weil es war einer der echtesten Gespräche, die ich gefühlt hatte. Leon hat ja auch gespürt, Aufkommens-Café-Basis, wie der Boomerang, also, ja, lustig. Ja, ich meine, der selber, also Leon hat ja auch gespürt, wie, wie der Boomerang, den man wirft, auch wie brutal der zurückkommen kann, mit seinen Statements und hast du nicht gesehen, was ich natürlich auch total übertrieben fand, also ich finde grundsätzlich, rollen wir das Thema nicht auf, aber ich, warum ich das gesagt habe, so macht euch mal locker, ja, man muss auch immer so total ernst nehmen, die Leute warten drauf, meiner Meinung nach. Wir haben Langeweile, warten drauf, sind im Handy und ist ja gerade nichts los und dann ist da jemand, der gerade ein bisschen was abbekommt und dann gehen alle drauf. Ja, kann sein, aber das so Sponsoren und sowas abspringen, also das ist komplett lächerlich. Das ist oberlächerlich, aber ich denke, jetzt ist es auch gut und ich glaube, der letzte Idiot hat es auch verstanden. Es ist ja so, guck mal, nennen wir das Kind mal beim Namen, du sitzt da bei Leon Lovelock, ihr spricht über flache Erden, hast du nicht gesehen, da gibt es mal ein bisschen Corona-Kritik hier, ein bisschen Corona-Kritik da, die Leute haben vielleicht nicht immer die Geduld, komplett zu hinterfragen, ey, wie ist der groß geworden, wie ist der so drauf, kann man dem nicht glauben und dann stecken die dich in eine Schublade und bist du einmal in dieser Schublade, dann führt das wahrscheinlich auch dazu, dass Leute diese Schublade öffnen, gucken, wer drin ist und sagen, okay, mit dem kann man nicht arbeiten, rufschädigend, businessschädigend, was auch immer, ich meine, zum gewissen Teil verstehe ich das auch, wenn es wirklich so, seid mal ehrlich Freunde, wer von euch hätte Bock auf den zweiten Talk mit Kianusch, eins in den Chat, wer darauf einfach nur generell Lust hätte, ich weiß nicht, ob das je zustande kommt, könnte so, aber wer hätte Bock darauf, aber bei mir war es ja wirklich eher so ein Kindergarten, also das ist es halt, das muss man sagen, es gibt ja auch Levels, da gibt es viel schlimmere Beispiele, es gibt ja auch Levels und es gibt ja Leute, es gibt ja auch durchaus Leute, die haben halt auch einfach voll den Dachschaden, das muss man sagen, klar, gibt es alles, eben, gibt es alles, aber dann, Dachschaden, nicht in, man, wie ich, doch Leute, die haben vielleicht auch nur einen kleinen Dachschaden und ein bisschen zu viel Langeweile gehabt, weiß ich, wie ich meine, die findet man aber beide vielleicht in derselben Schublade, deswegen sage ich halt, ey, macht euch mal locker, ich wollte das Thema eigentlich gar nicht aufräumen, ich habe Vorbereitungen zu dir, in der kurzen, knappen Vorbereitungen zwischen einem Termin und dem nächsten Termin, zwischen Desperados Album pumpen und YouTube Interviews gucken von dir, ist mir halt aufgefallen, dass in den Titeln häufig halt so Themen besprochen wurden bei dir, also es war einfach so Thema und ich dachte mir immer wieder so, weil, und das war auch ein Grund, was Burak gerade eben angesprochen hat, so, Kianusch war schon vorher dafür bekannt, dass er outside the box denkt, dass er Dinge anspricht, die andere Dinge nicht ansprechen, dass er auch Dinge, sich mit Dingen beschäftigt, mit denen andere sich nicht beschäftigen und genau deswegen kam es auch bei unserem Gespräch zu extremen Talks, sage ich mal so, weißt du wie ich meine, zu Dingen, die dann wild waren einfach und das war aber, stand auch im Vorhinein schon fest so, man hat sich darauf schon eingestellt gehabt, weißt du, und, äh, da waren keine Ängste von keiner Seite, irgendwie, dass das jetzt irgendwie krass Shitstorm kriegt oder so oder irgendwie, sich dann krass lustig gemacht wird oder so, weißt du wie ich meine so, ist mir aufgefallen, okay, der Bruder hat sich jetzt paar Mal gerechtfertigt, ja, und ist doch auch okay, so, und, äh, bleibt einfach mal ein bisschen locker, ähm, aber witzig, guck, jetzt haben wir auch schon wieder darüber gesprochen, ich will das Thema mit Cancel Culture jetzt gerne aufmachen, weil damit, äh, darüber haben wir mit PA noch gesprochen, weißt du, das ist jetzt natürlich, äh, ne, das wäre ja ein bisschen doppelt gemoppelt, aber ich nehme an, du wirst dieselben Ansichten haben, wie, äh, PA in der Sache, ich glaube, ihr ergänzt euch da, und wir ziehen auf jeden Fall an einem Strang, was das Thema angeht, und ich denke auch, was du damit sagen willst, einfach Leute, zieht den Stock aus dem Arsch, hört auf, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, 100%, und leben und leben lassen, alles ist gut, habe ich doch gesagt, dieses, diese Generation, ich drücke in dem Video auf die Pause, und nehme das eine Wort raus, was mir nicht gefällt, und dann urteile ich, wegen dem Satz, über den Menschen, ey Leute alle, macht euch mal locker, lernt die Leute, ich meine, ne, ist das halt auch, ich glaube, der Zug ist schon abgefahren, Digga, so, weißt du, wie ich meine, auch jetzt durch die, weißt du, wenn selbst, ich, ja Digga, selbst Leute, die früher immer eigentlich, oder gerne auch ihr Maul aufgemacht haben, und gerne auch über Dinge geredet haben, die mal so ein bisschen kontrovers werden könnten, oder sein könnten, ich glaube, mittlerweile ist jeder abgeschreckt einfach, jeder, jeder, also man hat, äh, ein paar Exempel statuiert, wie mich zum Beispiel, so, was noch mehr dazu beigetragen hat, dass Leute noch weniger sich trauen, Dinge zu sprechen, und ich glaube, heutzutage ist, also jetzt gerade befinden wir uns in einer Zeit, wo es schwerer denn je ist, ähm, noch seine echte eigene Meinung zu sagen, ohne Angst davor zu haben, so, weißt du, ich habe das Gefühl, alles ist ein bisschen jetzt so überwacht, irgendwie nicht mehr so richtig frei, jeder, achtet jetzt mittlerweile drauf, wann sage ich was, wie, wie stehe ich besser da, und so, ich glaube, es ist extrem schwer geworden, heutzutage, jetzt gerade in der Zeit, in der wir uns befinden, sich davon noch frei zu machen, selbst ich habe da meine Probleme, weißt du, na, was heißt selbst ich, ich habe es natürlich auch am eigenen Leib gespürt, aber ich glaube, das geht, auch, viele Menschen, die das dann mitverfolgt haben, denken sich im Nachhinein, oh, Bro, weiß ich nicht, lohnt sich das überhaupt noch was zu sagen, oder sage ich einfach nur, scheiß drauf, ich konzentriere mich auf meine Karriere, und ziehe mein Ding durch. Es geht alles sehr schnell, du kannst vor zwei Wochen eine super Spendenaktion mit, wir helfen Obdachlosen auf der Straße und bist der beste Mensch der Welt machen, hey, und drei Wochen später sagst du was, was nicht so cool ist, und du wirst halt darauf reduziert. natürlich. Ist das halt so. Und das dann erstmal für die nächsten zwei, drei Jahre, Digga. Ja, man, einer schreibt gerade, jeder spielt Hobby James Bond. Mal so. Ja, es ist jetzt natürlich noch schlimmer geworden, aber. Es ist ein bisschen perverser geworden, so, aber am Ende des Tages kannst du es niemandem zu 100% recht machen. Ach so, ey, Martin, nochmal danke für die 950 Bits, Bro, ich küsse dein Herz, faust auf die Realness, Bruder, Herz. Das vergeht. das vergeht bestimmt auch. klar. Ey, aber, scheiß mal da drauf, dieser Podcast hier, manche werden es nicht glauben, weil viel Fitner in letzter Zeit hier unterwegs war, muss man sagen, ja. Ich nehme das auch an als Kritik, ja, ich habe gut hier und da auch mal konfrontiert und manche Leute meinen, in deinem Podcast so, da geht es schon rund aktuell, da habe ich gesagt, du, ich habe über 50 Folgen in diesem Jahr schon gedreht, oder kommt das uns nur so vor? Ich finde, das Leben ist brutal stressig geworden. Es ist einfach so. Yes, Freunde, ich glaube, das war es jetzt auch. Das war mir mal wichtig, also ich hatte dazu auf jeden Fall ein, zwei Dinge auf dem Herzen, die ich so loswerden wollte, weil ich finde, dass sonst einfach das Format kommt ins Café und alles, was ich getan habe, in einem schlechten Licht da steht, wenn es immer so rüberkommt, als ob es nur um gewisse Themen ging oder so. Weißt du, wie ich meine? Natürlich alle, die es verfolgt haben, die wissen es auch, aber ja, ist immer wichtig, also es ist schon wichtig, glaube ich, dass ich meinen eigenen Senf auch irgendwie dazugebe, wenn über mich geradet wird. Und trotzdem auf jeden Fall schöne Grüße gehen raus an Kianusch und auch an Burak. Fühl ich, feier ich, prägt mich. Wischo.